Herzlich willkommen! Wir sind neben dem ersten Kryptomaten, der Platin-Coin auf Fiat-Dengue меняет. Hier in Schweiz. Hier hinten steht der Kryptautomat. Man kann Platin-Coin kaufen und verkaufen. Es ist der erste in Europa und es werden viele folgen. Hallo meine lieben Freunde. Jetzt werden wir beginnen. Sie sehen hier den ersten ADM, wo ihr Platin-Coin gegen Cash verändern könnt. Also Leute, ihr seht, hier ist der erste Kryptomat. Ihr könnt euch jetzt Cash, Platin-Coin holen oder Platin-Coin einsahlen. Hallo, hier ist eine der ersten Kryptomaten, wo ihr Platin-Coin in den Platin-Coin könnt. Platin-Coin ist in Kazachstan. Wir wissen, dass wir heute in der Ukraine befinden. Wir sind die ersten Krypto-Karte, die wir heute in der Ukraine beenden. Wir sind beim ersten Krypto-Altomaten auf dem Ort. Wie kamst du jetzt? Hier ist die Zeit. Hier ist die Zeit. Mit Platincoin kann man dann auch die divise wie die Euro oder auch immer. Hey Leute, hier in der Gruppe, der erste Kryptomat weltweit, Einzahlung, Auszahlung, nicht nur von Platincoin, auch von anderen Währungen. In diesem Sinne, Platincoin, the time is now!